Hast du das gehört Babs? Adam legt immer ein Wubo-Zack auf. Die Tina hat im Moment ein bisschen Probleme, aber ich finde sie geht ganz toll damit um. Wir denken jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg. Meine Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Oder nein Digga, es war so eine Viecherweiter. Babs, du hast doch mal nicht erzählt, dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Soll ich kennen das? Unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden, glaubt. Und es spielt mitunter üble Streicher mit uns. Verlässt mich jetzt! Doe! T stateuert Doe! Bis zum nächsten Mal.